Allerbeste ist die Mama. Nein, nein, die Oma Susi ist die Allerbeste. Oma Susi, Oma Susi, Oma Susi, Oma Susi, Oma Susi, doch, Mama, Mama, Papa nicht, da kommt Oma Susi, 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 Oma Sus Genau! 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 Hochdeutsch ist schwer. Das ist bestimmt ein Schauspieler oder so. Der alte Mann, ja. Du musst jetzt hier verpissen. Wir wollen ja noch eine Garte machen. Jetzt geht's nach Hause. Da, da. Dann müssen wir noch Miete machen. Jetzt geht's nicht. Der PC hält wach. Das ist blaue Licht. Ich dachte noch... Das ist auch gefährliches Licht bleiben. Ja, das tut nicht schlafen. Aber am Morgen ist es gut blaueres Licht. Das macht wach. Nur am Morgen. Und mit der Augen wach zu bleiben. Deswegen sind die Beleuchtung in so öffentlichen Gebäuden so hässlich heiß. Ich weiß nicht. Du musst eigentlich schon ins Bett, Annie. K.O. Was ist denn das? Und? Hat der Papi recht? Die Katze, die ist müde, will jetzt schlafen gehen. Seine kurzen Beinchen können nicht mehr stehen. Wo bist denn du rumgelaufen den ganzen Tag? Was hast du denn da? Da. Bei der King Rikki. Und bei der? Da. Hat dir einen Spaß daran an den Fotos, oder? Ja, klar. Sonst haben wir doch nicht zu lachen hören. Du musst doch aufsteigen, dann nicht sagen wir keinen. Familie. Ortmann Familie. Ortmann Familie. Was machst du hier? Das ist für Ego Dadyan Muskel. Lalalala. Echt ist das? Lalalala. Lalalala. Sie sehen, als wir hier in der Bucht unterdenken. Noch welche hier. Schau mal hier. Noch eine. Ein Buchtig Nenge. Im Buchtig Schnee. Mau Mau. Du hast deine Schiebswurse dran halten. Hey, da hat nassen Tropfen dran. Guck mal. Lalalala. 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 Guck mal hier. Der musste mal vergrößern. Da ist unten ein nasser Tropfen dran. Hier unten. Was guckst du hier an? Hier Edy, guck mal. Edy, Edy, Edy. Das ist ein Schatten, oder? Wo ist das ein Tropfen? Edy, ja drüber. Das ist ein Hochermuschen. Das ist ein Hochermuschen. Da baust du doch gleich hin. Nee. Wie silly lacht da. Da geht eine Nackschung an. Nein, guck nicht schon. Da hat er seine Soryan gar nicht aufgegeben. Wenn guckst du mal die chinesische Nackschung an, oder was? Nee, wenn schon Koreaner. Ach, Koreaner. Da geht's los, oder? Puh, 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 Puh. Ich muss auch die Müller. Ich schloss aus. Müsstet ihr mal eine Sumo-Gürtel machen? Das ist das ja. Was ist das ja? Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Ja, die legt dich ins Bett, du hältst dich immer um. Bei Frank braucht man bloß einen koreanischen Kopf aufsetzen. Ja, das ist ein gutes Bild, Mama. Gefährlich. Oh, du liebe Zeit. Alle drei, alle drei. Schick mir das mal. Ich komme, ich schwitze. Schick mir das mal. Schick das zu Mutti oder so, ich brauche das. Fangen wir an mit euch. Ich brauche das. Das nehme ich als Profil, denn da schneid ich mich aus. Oh Gott. Du schneidest dich aus? Schöner Mann. Schöner Mann. Ja. Du hast deine Barton. Oh, das ist schlimm. Da kannst du wirklich sagen, der Meil. Ja, verdammt. Nein, Mann. Was ist das? Ich will doch die Gummistiefel beschürzen. Ey, du kriegst Ergo da hinten. Das muss dir jetzt mal sein. Ich werde dir helfen. Aber Engel guckt nicht so richtig. Das bleibt mir anders. Nein, der Gummistiefel. Was macht denn der? Was macht denn der? Guck mal, was macht denn der? Du guckst eigentlich bloß, wenn du so lachst, guckst du so gut. Was ist denn das? Was war denn das jetzt für ein Bild? Zeigst du, welchen du bist? Achso, Kaltfrau. Was war denn das für ein Bild? Ja, das war das. Oh, ich hab's doch. Hast du das? Du hast es weggemacht. Wenn die hier ist, hast du ja nicht. Die Hose hängt bald gut. Das ist warm. Hier ist was los. Hier ist was los. Hier ist was los. Oh, je. Oh, nee. Hier ist was los. Bist du jetzt da? Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Zum, 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 Bienchen zum herum. Ei, wir tun dir nicht so leid, wir sind noch überweid. Opa macht, macht denn der Opa mit dir? Das Licht an der Autostrasen wird bestimmt heute laut werden. Aber guck mal, das kriegt der Wester die ganze Straße.